Moin Leute, wieder darf ich euch zu einem kleinen Video begrüßen. Wir schauen uns heute einmal die Hudson H9 GBB an. Das Ganze wird hergestellt von AW-WE und mit der Lizenz einmal von EMG-E-Wike. Also dasselbe Kooperation wieder, wie wir sie damals bei der TTI hatten von AW bzw. von EMG. Und dementsprechend auch dieses Modell leider wieder sehr, sehr hochpreisig. Wir schauen uns diese Pistole auf jeden Fall wieder im Detail an. Ich habe sie kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, einmal vom lieben Bruce. Der hat euch schon ein Review darüber gemacht und geht auch relativ viel auf den Real-Steal-Bereich ein. Das werde ich nicht machen. Interessiert mich auch nicht. Dementsprechend, mich interessiert nur, wie ist das Ding vom System her, wie ist die Qualität von der Verarbeitung und wie performt das Ding. Dementsprechend, wenn ihr mehr Informationen zu der Hudson haben wollt, gerade im Real-Steal-Bereich, schaut euch am besten im Bruce ein Video an. Und natürlich ganz wichtig, muss man natürlich erwähnen, ich werde für dieses Video nicht bezahlt und werde meine ganz persönliche Meinung am Ende dieses Videos kundtun. So, also schauen wir uns das Ding im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir auch dieses Video zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang. Wie gesagt, ich habe das Ganze von Bruce bekommen, einmal im Original-Karton. Seht ihr, ist letztendlich dasselbe Karton wie bei der TTI damals auch. Einmal Hudson-Logo vorne drauf, auf der Seite Hudson-Logo, EMG-Logo drauf. Ist eigentlich ein Standard-Karton. Ein kleiner Punkt weiß ich leider nicht. Im inneren Bereich, seht ihr, ist es letztendlich nur einmal die Backup mit drin und ein Gasmagazin und keine Gebrauchs- oder Sicherheitsanweisung. Kann ich euch nicht genau sagen, ob eine drin ist, ob sie von Bruce vergessen würde. Wie gesagt, kein Blasen Dunst braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Dementsprechend, wie gesagt, bei mir war jetzt halt einfach von Bruce einmal die Backup mit drin und ein Standard-Gasmagazin. Machen wir anschließend gleich mit den technischen Daten weiter. Wie vorhin schon angesprochen, wird das Modell bei AW-WE in Taiwan gefertigt unter der Lizenz von EMG-E-Wike. Modellbezeichnung ist hier Hudson H9, gibt es einmal in Standard-Schwarz, wie sie auf dem Tisch steht und ebenfalls einmal in TAN-Dark-Earth. Wie auch schon angesprochen, durch die Lizenz, durch diese ganzen Firmen, die beteiligt sind, der Preis wieder sehr, sehr hoch. Hier werden aktuell 230 Euro fällig dafür. So, dann zu den Maßen. Die Backup hat eine Gesamtlänge von 195 mm, eine Gesamthöhe von 135 mm und Platz für die Griffel zwischen Magazinboden und Abzugsbügel von 75 mm. Der Innenlauf ist dann ein Standard-WE-GBB-Lauf, bedeutet von der Aufnahme wieder ein kleines bisschen kürzer wie ein Standard-GBB-Lauf. Sprechen wir später im Detail durch. Länge sind 91 mm und der Innendurchmesser wieder Standard 6,08 mm. Wie bei anderen vielen WE-Backups habt ihr am Rohr vorne, Streckstich am Auto, ein 11 mm Clockwise-Gewinde. Bedeutet, wenn ihr einen Tracer draufschrauben wollt, einen Schalli draufschrauben wollt oder was auch immer, einfach einen Adapter besorgen von 11 mm rechtsdrehend auf 14 mm linksdrehend. Dann könnt ihr da dran schrauben, was ihr wollt. Auch eine 20 mm Schiene haben wir vorhanden, einmal im unteren Bereich. Es sitzt sehr, sehr tief, also für Dummy-Lights passt irgendwie nicht richtig. Es sitzt also viel, viel zu tief, aber es ist eine vorhanden mit einer Position und einer Nutzbahnlänge von 37 mm. Dann haben wir noch das Gewicht. Die Hatzen wiegt mit Magazin 761 g, hiervon sind 223 g, einmal das Magazin. Fehlt noch die Energie, wird angegeben mit einem Joule. Ich habe für euch wieder den Chrono-Test, den Kältetest und auch den Cooldown-Test gemacht. Dann machen wir noch die Energie, mit einer Art Schiffe, der Kältetest und der Kältetest. Schlittenrebitiert nicht mehr... Gasleer? Magazin war komplett randvoll... Spritzt... Spritzt... Alter, das Ding zappert... Das war einfach nur Flüssiggas... Ne, vergesst, keine Chance. Das Ding zappert und spritzt, dass alles zu spät ist. Der ganze Schlitten ist aktuell voll mit Silikon. Also nicht wirklich für kühlere Temperaturen geeignet. ... ... Das war's. 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 So. Das war's. Los. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Das war's.